Was verbinden Menschen in Deutschland mit Worten wie Harz oder Rhön oder Rennsteig, Thüringer Wald? In der Regel eine Mittelgebirgslandschaft, in der Regel ein schöner Ort, an dem man mal kurz Urlaub machen kann. Menschen, die allerdings unter Hartz-IV-Bedingungen leben, verbinden was ganz anderes damit. Die politische Verantwortung von Rot-Grün gemeinsam mit Schwarz-Gelb aus einem sozialen Sicherungssystem ein Armutsverwaltungssystem gemacht zu haben. Ein Ausgrenzungssystem, bei dem Menschen sämtliche Daten liefern müssen, bei denen Kinder darlegen müssen, ob sie zur Jugendweihe oder zur Konfirmation oder Kommunion Geschenke bekommen haben, die dann wieder vom Amt berechnet werden, ob denn dieses Geschenk nicht angerechnet werden müsste. Das halten wir alles für den falschen Weg. Wir sagen deshalb, soziale Gerechtigkeit beginnt damit, dass wir Arbeit finanzieren. Beginnt damit, dass wir Menschen helfen, wenn sie in Not sind, aber sie nicht ins Abseits manövrieren. Und ein klares Bekenntnis, Rente mit 67 ist die Zerstörung des Rentensystems. Wir fordern eine moderne Bürgerversicherung und eine Gesellschaft, in der die Stärkeren und die Schwächeren sich gemeinsam aushalten. Das ist die Zerstörung des Rentensystems. Das ist die Zerstörung des Rentensystems.